Hallo meine lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren folge fortnite sind noch mitten im battle so wie komme ich jetzt an diesen kackding hier wow 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 kann nicht mal in ruhe was schauen schlimm schon 81 wir sind fast tot leute fast tot wieso wieso ist immer der gleiche bei mir nervt voll wie sieht er aus was soll er denn darstellen ich repariere mal wo das wollte ich nicht das wollte ich nicht ich lasse lieber wow oh dankeschön oh 91 wow speckklöße machst du x cloud das hört sich schon sehr pervers an und die machst du einfach so oder verdammt ich muss nachladen ah und dann das baum hat das spiel gewonnen alright so das heißt wir machen mal ich mach mal einfach nochmal eine solar rune oh so aus was bestehen denn nochmal klöße ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht anis team ist zweite ich hatte heute einfach alles da ja dann macht man einfach mal specklöße wieso nicht wieso nicht wieso wohl nicht so da 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 also was bestehen denn jetzt klöße oder hast du die noch nicht mehr selber gemacht aber meintest du doch so wir gehen mal nicht nach hier unten hin das ist eine ganz schlechte idee wir gehen mal nach hier oben ja wir gehen mal nach hier oben oh was eine süße Deko aber hier drin siehst du wieder scheiße aus das macht gar keinen Sinn wo ist der weihnachtsbaum ok 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 hallo cool ich hab wieder Luftballons fand ich schon immer toll hello hallo Simon Ok nie wer hat сказал und alles hin hin Hauptsor wird weg irgendwas große Welle. Irgendwie. Hallo. Das haben sie ja noch nicht gut gepitcht. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da unten. Das dieses Flugzeug sich ja auch einfach wieder so freikämpfen kann, finde ich schon allein lustig. Oh. Komm, ich will's kaputt machen. Bäm. Hehehe. Echt Exkampf? Lol. Okay. Oh. Herrlich. Das war ganz lustig. Alright. So. Wo kann man denn? Gibt's hier so Flugplätze oder so? Wo man die Flugzeuge kriegt? Oder wie haben die das hier gemacht? Brutal. Voll brutal. Er wollte den Kampf anfangen. Nicht ich. Ja, okay. Ich hab erst auf ihn geschossen. Stimmt irgendwie auch nicht. Das wird toll. Ich freu' mich. Ja. Freust du dich auch? Ja. Toll. Das wird toll. Toll, toll, toll. Ja. Ich freu' mich. Oh man, das wird großartig. Das wird toll. Das wird toll. Ein Jahr schon. Oha. Ein Jahr steckst du schon in meiner Abo-Falle drin. Ja. Alles richtig gemacht. Danke, Martin. Mensch. Und hallo natürlich im Stream, ne? Alles klar. Schön. Wie cool. Okay. Ich bin voll. Wow. Okay. Okay. Was steht denn der Dude? Ach da. Hallo. Hallo, Mr. Luftballon. Okay. Das war zu spät. Ja. Der hat nur einen Luftballon. Der hat nur einen Luftballon. Ah, das ist der Trick. Hä? Der hat eine Waffe als Geschenk eingepackt. Aber die kann er nicht ziehen. Voll der krasse Dude. Krasser Dude, krasser Dude. Oh, gestorben. Gleich mal den Verbrauchsschutz schreiben. Ach, Strubel. Äh, Märchenkarte. Ich glaube, Ausrufezeichen Hype geht nur für Subs leider. Da ist deine Anni. Hallo, Lady. Hallo, Lady. How are you doing today? I hope you are fine. I hope you're doing good. Das ist alles aufheben. Auch wenn es das gleiche ist. Wie lustig der jetzt aussieht. Kann man damit fahren? Hallo? Der ist irgendwie kaputt. Der Bus. Was ist das, dieser Bus? Aha. Okay, er fährt wieder. Ich muss jetzt echt angestrengt das lesen, um das zu verstehen. Wenn jemand so schreiben würde. Oh, ich würde das herrlich finden. Achso. Alright. I'm fine. Thank you. And you? Strubel. Wir reden jetzt immer nur noch so englisch. Okay. Oh, Flugzeug. Let me fly away. Komm, geh weg. Ich will da zu einem Flugzeug. Wuhu. Oh. Hey. Ha, Strubel. Sag das doch nicht so. Ich glaube, die wollen nur meinen Flieger. Okay. Ist das geil. Geronimo. Hallo. Oh, oh. Ich habe gerade schon. Ah, okay. Oh, das wollte ich nicht. Zum Glück explodiert das Ding da nicht einfach so. So, wo waren jetzt die Party, People? Ich glaube, hier drin, oder? Okay. Anni versucht mal auszusteigen. Thank you. Oh, ich habe vergessen. Ich habe gar nichts. Oh, schön mit den Lüchtern. Ich finde das auch mit diesem, äh, dem Lama lustig. Hallo, Küche. Der Kühlschrank steht mir nur leicht im Weg. Okay, hier war anscheinend schon jemand. Wo sind die denn jetzt alle? Gerade hat noch jemand versucht, auf mich zu schießen. So. Ist hier noch was drin? Nope. Alright. I can speak English very well. Boah. Tut schon selber weh, wenn man das hört. Lama! Ja. Suchen. Ne, das ist schon leer. Wer war hier? Ich bring you um. Okay. Oh. Hey, lol. Da ist doch jemand. Hello, do you have weapons for me? Oh, weapons. Never mind. I've got weapons. Kann ich den umbringen? Verdammt. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.